Grüß dich und herzlich willkommen beim Sportsmaniac Weekly Update Podcast, das wöchentliche News-Update rund um digitale Themen und Innovationen im Sportbusiness. Mein Name ist Daniel Sprügel und das sind unsere Themen. Die unglaublichen Dimensionen des Superbowls in Zahlen, die NFL kommt noch in diesem Jahr für ein Spiel nach Deutschland und die neue Kooperation von der TSG Hoffenheim mit der Kryptowährung Baby-Dodge-Coin. Es ist soweit, die längste Sportnacht des Jahres. Die Superbowl-Nacht in der Nacht vom Sonntag auf den Montag steht an. Das größte Einzelsport-Event der Welt mit ganz anderen Dimensionen. Das Finale der NFL zwischen den Cincinnati Bengals aus Ohio und den Los Angeles Rams. Mein Kühlschrank ist voll, Montag habe ich einen halben Tag frei. Ich bin also schon mal vorbereitet. Und damit ihr das auch seid, haben wir euch die drei wichtigsten Zahlen vorbereitet, mit denen ihr vor euren Kollegen und Footballfreunden fleißig flexen könnt. Sprechen wir zuerst über den Ort des Geschehens, das teuerste Stadion der Welt und Heimspielstätte der LA Rams und der LA Chargers, das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Über 5 Milliarden US-Dollar hat der Bau des Stadions gekostet. Finanziert wurde das Bauwerk ausschließlich privat vom US-amerikanischen Unternehmer und Milliardär Stan Krönke. Unter anderem der Besitzer der LA Rams, aber auch der Denver Nuggets in der NBA, Colorado Avalanche in der NHL und dem FC Arsenal in der Premier League. Ihr fragt euch sicherlich jetzt, wie zur Hölle kann ein Stadion so viel Geld kosten? Blickt man aber aus Helikopterperspektive auf den Stadionkomplex, so fällt schnell auf, das ist mehr als nur ein Stadion. Das Areal ist beispielsweise riesig, genauer gesagt doppelt so groß wie Vatikanstadt und dreieinhalbmal so groß wie Disneyland. Überraschend ist, dass in Anführungsstrichen nur 70.000 Fans Platz finden in dem vor Technologie nur so strotzenden Neubau. Vergleicht man die Zahlen mit der Allianz Arena in München, so bekommt man zwar die gleiche Anzahl an Fans ins Stadion, allerdings könnte man von dem gleichen Geld ganze zwölf Allianz Arenen bauen. Wenn man sich aber mal anschaut, was in den nächsten Jahren ansteht, dann können wir zumindest beruhigt sein. Das Nachnutzungskonzept des SoFi Stadiums klingt solide. Konzerte WrestleMania in 2023, Fußball-WM 2026 und die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2028. Gut investiertes Geld, würde ich sagen. Kommen wir nun zur nächsten Superzahl, des Superbowl, den Ticketpreisen. 12 Dollar, so viel kostete ein Ticket noch beim ersten Superbowl in den 60er Jahren, übrigens ebenfalls ausgetragen in Los Angeles. Für das Geld bekommen Fans heute nicht mal mehr ein Hotdog im Stadion. In diesem Jahr kann man fast schon 3-0 hinten dran hängen an die Zahl. Der durchschnittliche Ticketpreis liegt nämlich bei über 10.000 US-Dollar. Doch selbst das würden die VIP-Gäste wohl müde weglächeln. Die teuerste Loge für knapp 24 Personen beim Superbowl ging für über 1 Million US-Dollar über den Tisch. Bleibt für die Käuferin oder den Käufer nur zu hoffen, dass das Spiel diesen Preis auch gerechtfertigt. Und falls nicht, dann bleibt zumindest noch die Pepsi-Halftime-Show, bei der in diesem Jahr die rappeligenden Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und Kendrick Lamar sowie R&B-Star Mary J. Blige auf der Bühne stehen. Haben wir noch eine letzte unglaubliche Zahl für euch und da gehen wir ins Marketing. Die Kosten für eine Superbowl-Werbung. Und auch die hat sich, wie so vieles in diesem Jahr, nochmal so richtig verteuert. 6,5 Millionen US-Dollar lassen sich die Werbekunden einen Spot beim Superbowl kosten, mehr als doppelt so viel als noch vor 10 Jahren, für 30 Sekunden wohlgemerkt, und ohne Produktionskosten eingerechnet. Das sage ich deshalb, denn die meisten Werbespots gleichen eher einem Hollywood-Streifen als einem 0815-TV-Werbespot im Vorabendprogramm. Nur um mal ein paar Namen zu nennen, unter anderem Arnold Schwarzenegger, Scarlett Johansson, Lindsay Lohan, Seth Rogen und Selma Hayek geben sich in diesem Jahr die Ehre. Und um euch diese Dimension nochmal aufzuzeigen, 6,5 Millionen für knapp 30 Sekunden. Für diesen Preis könnt ihr auch bei Bayern 04 Leverkusen als Trikotsponsor einsteigen. Oder aber bei uns hier im Podcast die nächsten 10.000 Episoden Werbung schalten, was ich übrigens auch tun würde. Oder knapp 108 Exemplare des neuesten vollelektrischen BMWs i4 erwerben, für den ebenfalls beim Superbowl geworben wird. Eine Auswahl der besten Spots und welche deutschen Firmen in der Superbowl-Nacht im US-Fernsehen Werbung schalten, findet ihr nochmal in den Shownotes oder in unserem heutigen Newsletter. My take? Ihr merkt schon, die Dimensionen im US-Sport sind kaum zu vergleichen mit Events in Deutschland. Doch auch hierzulande hat der American Football eine große Fanbase, hat anderen Sportarten den Rang abgelaufen als zweitmeist geschaute TV-Sportart und ist bald nicht mehr nur im TV, sondern auch live im Stadion in Deutschland zu betrachten. Denn Die NFL kommt nach Deutschland. Am Mittwoch hat NFL-Kommissioner Roger Godell auf der Superbowl-Pressekonferenz das Geheimnis gelüftet, welche deutsche Stadt und welches Stadion den Zuschlag für das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden bekommen wird. Und es ist München. Die bayerische Landeshauptstadt hat sich gegen Düsseldorf und Frankfurt durchgesetzt. Doch während man sich in Düsseldorf wahrscheinlich drüber ärgern wird, wird man das in Frankfurt zumindest verkraften können. Denn auch in Frankfurt werden zwei der vier jetzt verkündeten NFL-Spiele ausgetragen werden. Den Anfang macht aber München. Und schon im Herbst diesen Jahres wird die Allianz Arena die NFL-Premiere in Deutschland feiern. Die Hintergründe zu dem ganzen Prozess erfahrt ihr jetzt exklusiv von Dr. Alexander Steinfurt, seit Februar General Manager der NFL in Deutschland. Endlich ist es raus. Endlich haben wir verkünden können, dass wir im Jahr 2022 das erste NFL-Regular-Season-Game in Deutschland in München werden veranstalten können. Da freuen wir uns sehr drauf. Gleichzeitig, wir planen ja für einen Vierjahreszyklus, werden wir auch zwei Jahre in Frankfurt spielen und ein weiteres in München. Also eine Zwei-Städte-Lösung. Wir glauben, dass das genau der richtige Ansatz ist, um möglichst viele Fans in Deutschland zu erreichen. Wir haben auch da extrem positive, extrem gute Gespräche, sowohl mit München als auch mit Frankfurt, mit den Clubs, mit den Städten, mit den Stadionbetreibern geführt. Und freuen uns jetzt auf alles, was kommt. Wir haben das Ganze verkündet und gleichzeitig freigeschaltet für Fans, sich zu registrieren. Der Ansturm war so groß, dass zwischenzeitlich die Server zusammengebrochen sind. Sehen also, dass da wirklich ein ganz, ganz großes Interesse, eine ganz, ganz große Vorfreude ist. Und freuen uns insofern zusammen mit unseren Fans auf das Jahr 2022 auf die NFL in Deutschland. Ja, Alex, vielen lieben Dank und viel Spaß beim Superbowl. Auch wir freuen uns. Bleibt nur noch eine Frage zu klären. Welche Teams kommen denn jetzt nach Deutschland? Das wird meines Wissens nach in nächster Zeit schon verkündet. Aber vielleicht lässt sich das ja auch schon ein Stück weit ableiten von den vier NFL-Teams, die sich Ende 2021 die Vermarktungsrechte in Deutschland gesichert haben, um hierzulande Vollgas zu geben. Dazu gehören die New England Patriots, der letztjährige Superbowl-Sieger die Tampa Bay Buccaneers, die Carolina Panthers und die Kansas City Chiefs. Was man sagen kann, die Teams sind bereits hervorragend vorbereitet auf den deutschen Markt. Die Panthers und die Patriots sind schon länger mit deutschsprachigen Social-Media-Kanälen aktiv und seit Anfang des Jahres haben auch die Bucks und die Chiefs ihre Social-Media-Aktivitäten in Deutschland gestartet. Warum beispielsweise die Chiefs ausgerechnet Deutschland als Zielmarkt definiert haben und welche Aktivierungsmaßnahmen auf dem deutschen Markt geplant sind, das verrät uns jetzt Lara Krug, Chief Marketing Officer der Kansas City Chiefs. At the Kansas City Chiefs, we're extremely committed and excited about the opportunity to welcome new international fans to Chiefs Kingdom. Specifically in Germany, we know the fan base is avid and growing, which makes this a great time to introduce our team and our brand to the fans. Our ambition is truly to become the world's team, and we see this as the next chapter in the legacy that our founder Lamar Hunt began, pioneering the sport forward to reach as many fans as possible. We know that we're one of the handful of teams who are entering Germany right now, so we know that we have hard work to do to separate ourselves and differentiate ourselves to the fans from the other teams. We've already seen a large amount of interest from fan groups, social engagement, and media support, and that drives us to focus on delivering quality content through high-quality production and storytelling, as well as creating unique community outreach and engagement opportunities, focusing on the youth programming and on-site activations. Current and future fans in Germany are clearly very passionate about the sport, our club, and the team, and we want to deliver a true sense of who we are, the Arrowhead experience abroad, and to fans across Germany. We realize there are many different cities, communities, and fans to reach throughout Germany, so we look forward to connecting with all of them. And our hope, and certainly goal, is to play over there one day. Through the Hunt family's deep legacy in soccer, both domestically and internationally, we have been connected to our good friends at FC Bayern for many years. And because of that relationship, certainly playing in Munich would be fun. But we're excited to have the opportunity to play and connect with fans throughout the entire country for many years, and certainly to grow our Chiefs Kingdom internationally. Vielen lieben Dank, Lara, für die Einblicke und danke auch an Christian Fichter, der mit seiner Agentur Sweep, die angesprochenen Teams und die NFL in Deutschland berät und vertritt. My take? Lara Krug spricht es schon recht deutlich an. Das Ziel der Chiefs ist es, eines Tages in Deutschland zu spielen. Für mich persönlich stellt sich durch die Nähe zum FC Bayern München und den Aussagen von Lara hier im Podcast eigentlich nur noch die Frage, gegen wen die Chiefs im Herbst in der Allianz Arena spielen. Ob das wirklich so kommt, das wissen wir Stand heute noch nicht. Was wir aber schon wissen und sehen ist, dass die NFL durch die Spiele in Deutschland zum einzigen ernsthaften Konkurrenten für die Bundesliga werden könnte. Das wird man sicherlich auch in der Chefetage der DFL in Frankfurt beobachten. Und dann heißt die Antwort auf die Frage, wer den Bayern überhaupt gefährlich werden könnte, vielleicht schon in den nächsten Jahren nicht mehr Dortmund oder Leipzig, sondern Kansas oder New England. Wäre auf jeden Fall eine kuriose Schlagzeile. Für unser letztes Thema gehen wir nun aber weg vom Football und hin zum Fußball und hier mal wieder in die Kryptowelt. Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Woche eine Sponsoring-Partnerschaft mit der Kryptowährung Baby Dogecoin verkündet. Gemeinsam mit dem neuen Partner soll die Entwicklung von NFTs für den Club vorangetrieben werden. Die dazugehörige Pressemitteilung verlinke ich euch in den Shownotes. Jetzt will ich aber erstmal ein bisschen auf die Hintergründe eingehen. Kryptowährungen und die dazugehörigen Handelsplattformen erfreuen sich aktuell nicht nur bei Kleinanleger größer Beliebtheit. Sie finden auf der Suche nach Reichweite und Sichtbarkeit nicht nur die Stars und Sternchen, die investieren, sondern immer öfters auch den Weg ins Sportsponsoring. Weil die Nachfrage ist groß und das Geld ist da. Die Plattformen Krypto.com oder FTX haben die Formel-1-Fans oder US-Sportfans unter euch sicherlich schon mal gesehen auf den Werbebanden, Trikots und auf den Arenen. Aber auch im deutschen Sport erhalten die Krypto-Unternehmen Einzug. Ist jemand von euch eigentlich der Hund mit der Wikinger-Mütze auf dem Trikotärmel von Bayer 04 Leverkusen aufgefallen? Auch dabei handelt es sich um eine Kryptowährung namens Floki, die im Dezember beim Werksklub als Sponsor eingestiegen sind. Wenn man sich die Kommentare der Fans aber anschaut, kann man sagen, begeistert von solchen Sponsorings wie bei Bayer 04 Leverkusen und der TSK Hoffenheim sind allerdings nicht alle. Denn dass Investments in die höchst spekulativen und volatilen digitalen Währungen hohe Risiken und Totalverluste mit sich bringen können, bleibt zu oft unerwähnt. Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass es Trading-Plattformen gibt und Wettanbieter, die im Sport schon als Werbepartner aktiv sind. Ja, das stimmt. Dennoch ist der Markt dort stark reguliert und kontrolliert unter anderem von der BaFin, anders als in der dezentralen Kryptowelt. Gerade Floki als auch Baby-Dodge-Coin sind sogenannte Meme-Coins. Das heißt, die imitieren andere Coins, die zuletzt in der Wertsteigerung durch die Decke gegangen sind, nur um Anleger getreute Motto Fear of Missing Out dazu zu animieren, ihr Geld in die Währung zu investieren. Nicht ohne Grund werden solche Meme-Coins von Kritikern auch als S***-Coin bezeichnet. Lass uns deswegen mal schauen, was die Experten sagen. Das Finanzportal OnVista beschreibt den Baby-Dodge-Coin wie folgt. Der Kauf von Baby-Dodge-Coins ist ein Glücksspiel und es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren. Der Baby-Dodge-Coin hat stark angefangen, aber es ist schwer, in ihm einen Wert als langfristige Investition zu sehen. Meme-Coins wie dieser, ohne nennenswerte Zukunftspläne oder Vorteile gegenüber der Konkurrenz, gibt es wie Sand am Meer. Sie verlassen sich auf das Marketing, um einen Hype aufzubauen und den Preis zu treiben. Das Team dahinter und die ersten Investoren machen Geld, während alle, die spät einsteigen, verlieren. Sagt wie gesagt das Finanzportal OnVista. Und auch beim Verein selbst weiß man um die Risiken. Auf Nachfrage des ESB-Marketing-Netzwerks sagte Ralf Pressler, Leiter Digitale Performance und Marketing der TSG Hoffenheim kürzlich, das Sammeln gerade digitaler Objekte macht es meines Erachtens nach einfacher und natürlich auch fälschungssicher. Der Markt ist allerdings gerade noch sehr spekulativ und wenig kontrollierbar. Wir prüfen daher sehr eindringlich, inwieweit sich hier ein neues Potenzial für die TSG ergibt. Meine Meinung dazu erfährst du gleich in meinem Take. Vorher wollen wir aber nochmal die Meinung von Harald Haider, Medienanalyst und Spezialist für digitale Themen hören. Ihn haben wir gefragt, wie er die Partnerschaft der Hoffenheimer einschätzt. Mir drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass die TSG Hoffenheim mit der Kooperation und der doch eher exotischen Baby-Dog-Coin gerade noch auf den fahrenden Zug aufspringen will und den Markt der Non-Fungible-Token auch bearbeiten möchte. Es stellt sich für mich die Frage, ob ein derart erklärungsbedürftiges Produkt für die Fans, die sich bislang wenig mit digitalen Produkten und mit Blockchain-Themen auseinandergesetzt haben, ob man denen damit einen Gefallen tut. Die Fragmentierung und die große Vielfalt, die jetzt schon am Markt zu beobachten ist, tut der Marktbearbeitung letztendlich nicht gut. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund von, dass sich Vereine mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandersetzen und nach neuen Einnahmemöglichkeiten suchen. Das heißt aber auch, dass man unbedingt verstehen sollte, mit was man sich dabei beschäftigt und mit welcher Braut man sich letztendlich ins Bett legen möchte. Letztendlich darf man nicht vergessen, dass es um Fans geht, die von Sportorganisationen gegebenenfalls zum Investment verleitet werden, das wiederum zu einem Totalverlust führen kann. Meiner Meinung nach sollte man gerade mit Fanliebe und Vereinstreue extrem vorsichtig sein. Im Fall von Hoffenheim und Baby-Dodge-Coin vermisse ich diese Vorsicht ein wenig, beziehungsweise selbst wenn sie da ist, dann zumindest fehlen die Hinweise dazu. Meine Frage auf den LinkedIn-Post des Klubs, inwieweit der Klub seine Fans auch auf die Risiken hinweist, wurde beantwortet mit dem Kommentar, dass, und ich zitiere, wir doch irgendwie ein Stück vom Hype mitnehmen wollen. Das persönliche Feedback, das ich hierzu erhalte und die Einschätzung anderer Vereine zeigen mir aber, dass ich nicht der Einzige bin, der Vorbehalte hat gegen Kryptosponsoren. Mich persönlich erinnert das so ein bisschen an die Zeit Anfang der 2010er Jahre, als plötzlich ein Solarunternehmen nach dem anderen in Sportsponsoring investiert hat. Davon ist heute leider nicht mehr viel zu sehen. An dieser Stelle möchte ich den Hinweis geben, der mir an anderer Stelle gefehlt hat. Ich weiß, die Sponsoringkassen der Kryptounternehmen sind im Vergleich zu Vereinskassen prall gefüllt, aber wenn ihr euch mit eurer Sportorganisation mit Krypto, Blockchain und NFT beschäftigt und es nicht zu 100% versteht, informiert euch, holt euch externe Beratung und vor allem weist eure Fans und eure Kunden auf die Risiken hin, die Krypto-Investments ohne Frage mit sich bringen. Vielen Dank fürs Reinhören. Das war das Sportsmanic Weekly Update für diese Woche. Wie immer hier mein Aufruf zum Dialog, auch wenn wir jetzt gerade vielleicht ein bisschen kritischer waren. Ich finde, das gehört mit dazu, sich sowas auch anzuschauen hier im Podcast-Format. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik, Meinungen und Feedback, schreibt mir gerne an daniel.sportsmanic.de. Alle Links zu den News findet ihr wie immer in den Shownotes und im Weekly Update Newsletter. Vielen Dank für die Sprachnachrichten an meine heutigen Gesprächsgäste und an meine Kolleginnen Jette Wegner und Lisa Braugmeier für die redaktionelle Unterstützung. Macht's gut und ciao, ciao! Der Sportsmanic Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios. von Maniac Studios.